Willkommen zurück auf dem Kanal. Ich mache heute etwas Werbung für die zweite Mannschaft des München-Rubke Football Club, denn hier geht es am 3. Juni um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Das heißt, wer sich mal Rubke live anschauen will, der sollte am Hedernfeld nach Großhadern kommen und die Mannschaft unterstützen. Ich habe ja bereits ein Video gedreht zum Klassenerhalt der ersten Mannschaft. Das Spiel war am 23. Mai. Wer auf meinem Kanal sucht, wird hier einige Videos finden. Auch ein Video, wo es einen Blick hinter die Kulissen gab. Aber heute geht es um die zweite Mannschaft. Ein Zitat von MRFC-Präsident Götz Köthe. Wir wissen, dass das ein Abenteuer wird, aber wir glauben, dass der Verein und vor allem die Mannschaft so weit sind, in zwei Bundesliga zu bestehen. Also wer sich Rugby live anschauen will, kommt nach Großhadern zum Hedernfeld. Da ist richtig was los. Was machen wir mit den ganzen Lernwassen? Wie sind Sie da Angst? Wie sind Sie da Angst? Ich bin ein Wackenballer. Das ist es. Das ist ein Husten. Das ist ein Husten. Das ist ein Husten. Genau. Das ist ein Wackenballer. 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 Ja!